Hallo zusammen, ich bin Timo Sieber, mache die Lehre als Automatiker in Agathon beim zweiten Lehrjahr und zeige heute meinen Berufsalltag. Kommt doch mit! Meine Tätigkeiten in Agathon sind Maschinen verkabeln, programmieren und inbetrieben. Für die Lehre sollte man gutes Vorstellungsvermögen haben, technisches Verständnis und Fingerspitzengefühl. Speziell in Agathon ist, dass man eine kurze Zeit in einer Abteilung ist und so immer ein abwechslungsreicher Alltag hat. Wir bekommen auch genug Zeit für die Schuhe zu lernen oder auch sonstige Sachen, wie das Programmieren. Die Stimmung ist eigentlich recht gut, wir machen Witze untereinander, verstehen einander gut. Bei den Lehrlingen wird man gut aufgenommen und bei den Berufsbildnern wird man auch wertgeschätzt. Um die Lehre in Agathon zu machen, solltest du konzentrationsfähig sein und gerne im Team arbeiten. Wenn es dich technischer interessiert und du auf fünf verschiedene Sachen sehen willst, dann ist Agathon der perfekte Betrieb für dich. Das war's. Wenn es euch gefallen hat, wapentuig doch noch jetzt. Das war's.